Moin moin und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Profil ansehen, wo sind wir denn? 336, aieieiei, wir waren so gut, ey. Ich hab so ein bisschen, äh, oh, da ist es doch. Moment, dann machen wir das doch mal, äh, dieses Spiel. Ja, perfekt, mit der können wir wieder mit unserer Dame wieder ins Spiel aufnehmen. Oh, cool. Ich find's auch blöd, dass man sie zum Beispiel nicht einstellen kann. Das ist ein sinnloser Kommentar, aieieiei. Okay, wenn wir was richtig gemacht haben, dann kriegen wir einen Punkt mehr dazu. Wenn wir was falsch machen, dann kriegen wir einen Punkt überall abgezogen. Okay. Deine Verbindeten haben dich verraten. Mörderischer Blick. Ladebildschirm mit Hinweis. Unlustiger Kommentar. Professioneller Kommentar. Ähm, kurzer Kommentar. Die lang erwartete Spielkolomber. Was? Okay, das passt soweit. Bam. Okay, alles klar. Dann haben wir das Video schon mal fertig geschnitten. Und dann muss ich nur noch das schneiden und hochladen. Dann machen wir das erst das und das. So, jetzt ist natürlich das Problem. Hm. Wie machen wir da jetzt weiter? Hm, 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 hm. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie da hochkommen. So, vielleicht. Können wir machen. Hm, hm. Was würde ich denn jetzt machen? Hintergrundmusik verbessern. Ich würde nochmal ein bisschen den Titel verbessern. Und... Ja, warum das nicht noch verbessern? So lassen wir's. Wie geht es dir, Schatz? Ich möchte dich sehen. Jo, äh, gerne. Äh, essen. Der Rechner ist sowieso jetzt besetzt. Essen wir doch mal einen Salat. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Umarmen. Ja. Und leidenschaftlicher Kuss. Wobei, warte mal. Machen wir erst mal so. Geschenk geben. Und dann hat leider die Kuss. Das dürfte doch ganz gut funktionieren, oder? Hm. 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 Im Moment ist halt so die Sache, wir dümpeln da halt so ein bisschen drauf rum. Ich denke, wir sollten uns langsam wieder... Gladiator. Aber ich glaube, das war für die... Äh, Reden. Warte mal, wir werben das jetzt mal. Eben. Geschenk geben. Weben. Weben. Ok, alles klar. Ah, diese Karte bringt ja nicht wirklich was. Oh ne, flirten würde ich nicht mit ihr. Äh, umarmen? Ich hab keine Ahnung, aber letztendlich ist die Frage halt, in welche Richtung das geht. Es soll ja nur... Ich will ihr endlich... Alter! Okay, 88. Reden. Umarmen. Ich will jetzt jemanden haben, mit dem ich zur arbeiten kann. So, wieviel Punkte hab ich denn da jetzt noch? Hallo? Ich hab dir eine Überraschung mitgebracht. Hätte... 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 Als Mitarbeiter einstellen. Einstellen. Ich bin glücklich, dein Angebot zusammen zur Arbeit anzunehmen. Ich hoffe, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Ha! Okay. Mach ein Video. Keine Ahnung. Nö. Okay. Ich hätte meine erste Mitarbeiter und meine erste Aufgabe als Chef war es, ihnen alle Schritte zum Hochladen als Video beizubringen. Mit etwas Hilfe würde mein Kanal noch viel schneller wachsen. Okay. Okay. Das hilft mir jetzt erstmal nur... Wähle einen Mitarbeiter und bitte ihn, dass er ein Video macht. Mach ein Video. Okay. Wähle ein Spiel aus. Okay. Dann das. Du machst jetzt hier mal bitte ein... Gameplay. Damit... Dein Mitarbeiter kann die Videos nach deiner Anweisung machen, sodass du jeden Schritt wie gewohnt kontrollieren kannst. Oder du kannst ihm sagen, er soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Siehe dir einfach an, wie er allein klarkommt. Automatisch. Ja. Soll er machen. Präparieren. Dann sollten wir aber irgendwann mal eine neue Kiste holen, ne? Nein, danke. Ja, okay, Junge. Mit dir habe ich einmal geredet. Ja, okay, Junge. Okay, dann bestellen wir mal... Auf... Nee. Einkaufen. Hä? 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 Äh... Reden. Umarmen. Aha. Leidenschaftlicher Kuss. Hä? 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 Es ist wichtig, dass wir mit ihr so viel machen. Ha? Hä? Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Wir müssen jetzt einfach demnächst mal einen neuen Rechner holen. Damit die auch arbeiten kann halt. Das bringt halt nichts über... So, einkaufen. Aber ich weiß noch nicht, ob wir dir hier so einen harten Rechner holen. Dein Mitarbeiter hat ein Video fertiggestellt. Jetzt musst du entscheiden, ob du es hochladen willst oder nicht. Achso, warte mal, da. Klicke auf deinen Mitarbeiter und wähle Zeige-Video-Ergebnis. Ah, sieht doch gut aus. Ja, passt. Wir laden es hoch. Denk daran, dass du jeden Schritt vom Video deines Mitarbeiters formulieren kannst. Oder wähle einfach das Spiel und die passenden Einstellungen. Kümmere dich um sie oder sie werden aufhören, mit dir zu arbeiten. Akzeptieren, alles klar. Einkaufen. Ach, der arbeitet gerade. Okay, coole Sache. Das ist halt die Frage, inwieweit hilft das jetzt uns? Weil das ist ja schon ein relativ großer Aufwand, den wir hier betreiben. Ähm, einkaufen. Moment, geh mal weg. PC World. Achthundert. Aber immer 575. Geh nach oben. Hä? Irgendwie grapier' ich gerade nicht irgendwie, wie ich den zweiten Rechner holen kann. Warte mal. Gekauft. Ja, CPU. All dieses Monster will ich jetzt nicht kaufen unbedingt. So, 367 waren wir, doch? 385. Reden. Umarmen. Leidenschaftlicher Kuss. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, damit wir quasi immer dabei sind, am Sinn soll. Mach mal ein Video. Arbeite mal. Okay, aber wir... Äh, Moment. Beenden. Einkaufen. Wir kaufen jetzt ein Spiel ein. Hm. Weg. Okay, alles klar. Ähm, welchen haben wir? 16. September, August, 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 August. Äh, alles. Nur für die Dahl-PC möchten wir bitte. Oder, Moment, wir kaufen... Wir machen es doch einmal. All consoles. Und der hat nämlich einen höheren Marktanteil. Das muss man halt auch nochmal so sehen, ne? Gek. Das ist halt die Kusch. Ach, das ist die Honey-Playstation 3. Aber es macht eher Sinn, die zu kaufen, ne? Sollen wir die kaufen? Wie kaufen die? Weißt du, wir kaufen die jetzt. Wer wird da hat gekauft? Einkaufen. Oder... Was soll ich mir jetzt? Die alte Konsole kaufen, wenn... 17. August... 8. August. Zack. Und dann kaufen wir das auch noch. Öffnen. Da liegt einfach das Zeug, ey. Okay, und jetzt... Mach ein Video. Das da. Bitte im Duo... Ne, äh, äh, äh... Video starten. Mikrofon, kein Filter. Automatisch. Ja, passt schon. So, und ich... Mach mir jetzt was zu essen. Und mach gleichzeitig, äh, noch ein Video. Kann man nicht noch irgendwas... Ne, das wollte ich nicht. Ein neues Video machen. Okay, das ist aber... Ne, Moment, Moment, Moment. Ja, es ist... Ehrlich, ziemlich unbeliebt. Schauen wir doch mal... Superfood... Was wir für den Dorp-PC noch finden. Okay, dann holen wir halt das nochmal. Okay, was macht die denn da jetzt? Ach, die bearbeitet ist nach, oder was? Kann es sein, dass sie das nach bearbeitet? Also, ich denke mal, ich werde als nächstes diesen 800 Euro Rechner holen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das bringt. Ah, jetzt arbeitet sie ja im Moment hart. Zeige das Ergebnis. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir laden das hoch. Nee, nix. Ach, der arbeitet ja jetzt. Matrix wird bald erscheinen. Oh. Hallo. Wir reden. Umarmen. Und leidenschaft... Leidenschaftlicher Kuss. Okay, das läuft langsam damit. Die hat eher Bock zu spielen, aber das ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich perfekt, weil... Die hat Spaß anscheinend. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das doch erstmal so... Warte mal, jetzt wollen wir nochmal gucken. Das würde ich nochmal sehen, wie dieses Video ankommt. Okay, haha, wie eine Bio-OK, alles klar. Aber es kam insgesamt doch gut an. Wir promovieren das jetzt nochmal fix. Repromoten, das nicht promovieren. Mal schauen, was damit jetzt passiert. Aber es läuft schon mal gut. Okay, und dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir mit ihr ein Gemeinschaftsprojekt, ne? Dann hoffen wir doch mal, dass wir da richtig viele Abonnenten und richtig Cash machen wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn es soweit ist, ne? Okay, dann lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen da, damit ich wieder alles über die Folge weiß, wie es euch gefallen hat und allem drum und dran. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Yeah, alles klar. Ich würde... Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis denne. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Vielen Dank.